Und moin Leute, herzlich willkommen zu einer kurzen Folge. Schaut mal, ich habe einen Bugs Bunny vor zwei Wochen aus Amerika bestellt. Und der ist heute angekommen. Eine Limited Edition von 1990. Da war ich noch einmal geboren. Boah, ist das krass. Und der ist so kuschelig. Und hier hinten muss man den noch erstmal aufschneiden. Wir sehen uns dann gleich. Boah, Leute, ich habe ihn jetzt ausgeschnitten. Schaut mal, man nimmt den jetzt raus. Der sieht so süß aus. Wenn ihr alles lesen wollt, haltet das Video an. Hier steht es. Wow, ist der krass. Oh, der ist so weich und so kuschelig. Wow. Da gab es noch eine Beschreibung, die da drin war. Und die zeige ich euch jetzt gleich. Leute, das ist nochmal die Beschreibung. Ihr könnt das Video anhalten, wenn ihr das sehen wollt. Tschüss.